Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Schlossweihnacht. Familienfreundlich, warm und kuschelig. Berufsfeuerwehr erhält zwei neue Kommandofahrzeuge und Eispiraten Grimmitschau vor harten Aufgaben. Tag aktuell. Das regionale Abendmagazin. 14. Dezember heißt in 10 Tagen kommt der Weihnachtsmann. Wir hoffen, Sie haben schon alle Geschenke beisammen. Ansonsten findet sich ja vielleicht auch noch etwas in unserem Adventskalender. Doch zu unserer heutigen Sendung, herzlich willkommen. Allerorts gibt es in diesem Jahr wieder Weihnachtsmärkte. In manchen Orten nur an einem Adventswochenende, woanders täglich bis zum 23. Dezember. Ein Weihnachtsmarkt, welcher an allen vier Adventswochenende jeweils von Freitag bis Sonntag stattfindet, ist die Zwickauer Schlossweihnacht auf Schloss Osterstein. Wir waren am vergangenen Sonntag mit unserer Kamera vor Ort. Es schneite bei unserem Eintreffen und somit bot sich den Gästen eine wunderbar weihnachtliche Kulisse. Unser erster Weg führte uns direkt an die Bühne im Innenhof von Schloss Osterstein, wo wir einen guten alten Bekannten getroffen haben. Also einerseits bin ich als Geschichtenschnützer unterwegs und dann arbeite ich ja auch mit behinderten Menschen in der Stadtmission zusammen, also Diakonie Westsachsen jetzt. Und wir machen gemeinsam einen Club und da gibt es einen Zirkus Bucksterz, wo wir schon regelmäßig auf der Schlossweihnacht sind. Und wir treten hier auf der Bühne auf und freuen uns da mal, besonders auch so in der Öffentlichkeit aktiv zu sein und zu zeigen, was wir können. Und die Firma Krausevent, die gibt uns immer wieder die Möglichkeit, dass wir hier auftreten können und das ist uns eigentlich sehr, also wirklich sehr, liegt uns das am Herzen, dass wir das machen können. Und die freuen sich immer sehr drauf auf die Schlossweihnacht und wir kriegen auch immer eine Spende, damit das Projekt weitergeht. Und ja, und fantasievoll werden wir jetzt das Publikum überraschen. Die Künstler sind schon alle ganz aufgeregt und jetzt muss ich wieder zu meinen Künstlern. Was behinderte Menschen für wunderschöne Dinge gerade zur Weihnachtszeit herstellen, davon konnten wir uns am Stand der St. Mauritius-Werkstätten überzeugen. Weshalb man hier gerne mit vor Ort ist, verriet uns Isabel Reinhold. Und zwar ganz einfach, dass wir auch präsent zeigen, was überhaupt unsere Mitarbeiter alles leisten. Ist auch einfach so ein, ja, wie soll ich sagen, präsent zeigen, dass wir da sind und dass es solche Leute gibt, die auch sowas herstellen können, die auch einfach was mitgeben. Welche Werkstätten sind das genau? Wir jetzt direkt sind die St. Mauritius-Werkstatt, die ist in der Newtonstraße hauptsächlich vertreten. Und es gibt aber auch noch andere Werkstätten wie in Rheinsdorf und auch die Diakonie. Und ja, wir sind aber hauptsächlich hier jetzt vertreten. Die letzte Zeit, Pandemie geprägt, war ja auch gerade für diese Menschen ganz, ganz schwierig. Soziale Kontakte haben gefehlt. Und ich glaube, es ist schön, dass wir jetzt wieder zu einer Normalität zurückkehren können. Auch für die Mitarbeiter oder Beschäftigten sozusagen ist es sehr schön, dass wir wieder in der Werkstatt sind. Die Pandemie war sehr, für viele sehr eingeschränkt und die sozialen Kontakte haben wirklich sehr gefehlt. Und deswegen sind wir jetzt besonders wieder froh, arbeiten zu dürfen. Und auch teilweise sind die Mitarbeiter mit hier am Stand und die sind sehr erfreut darüber, auch wieder mit dabei sein zu dürfen. Ähnlich wie bei Dornröschen gibt es bei der diesjährigen Schlossweihnacht die Möglichkeit, mal einen Turm zu besteigen. Wir haben eine Frau aufgespürt, die federführend dafür verantwortlich zeichnet. Frau Michaelis, wer kennt Sie nicht? Jahrelang haben Sie die Stadtführung gemacht mit ganz viel Herzblut. Und jetzt treffen wir Sie hier auf der Schlossweihnacht wieder. Was machen Sie hier? Ja, wir haben zur Schlossweihnacht eine wunderbare Führung. Und zwar führen wir die Gäste über den Wendelstein zum Dachstuhl und dann weiter ins Turmzimmer. Und haben dort die Möglichkeit, nochmal zu erklären, wie das Schloss entstanden ist, welche wunderbaren Renaissance-Bauten wir hier wiedersehen können. Und besonders schön ist zum Beispiel auch dieser Renaissance-Dachstuhl, wenn wir zeigen können, etwa 50 Prozent des alten Dachstuhls aus 1590 sind noch erhalten und 50 Prozent sind nur neu. Also wir sind darüber sehr froh und zum anderen können wir auch zeigen, wie weit man vom Turmzimmer blicken kann. Das muss ich bloß etwas einschränken, weil wir natürlich aufgrund der zeitigen Nacht nicht alles zeigen können. Aber um das mal zu sagen, wir können also bis nach Schönfels schauen, auf die Burg. Wir können bis nach Oberplanitz zum Wasserturm schauen und auch Richtung Mariental ganz weit raus und auch etwas Richtung Pelbitz. Also das, was man vom Turmzimmer aus so sehen kann. Sie erinnern sich sicher genauso, wie wir, als wir hier standen, eine Sendung gemacht haben aus dem Kottakomben, als ein Siegfried Heinze, der leider schon viel zu früh verstorben ist, gesagt hat, ja, das wird eine tolle Sache und genau so ist es geworden. Ja, also ich denke erst mal, Siegfried Heinze haben wir sehr, sehr viel zu verdanken, wie er sich hier engagiert hat. Also das ist schon toll. Und was auch wichtig war, dass die Zwickauer dann vom Anfang an des Wiederaufbaus 2006 einbezogen worden sind. Und wenn die Zwickauer anfangs nicht ganz so zufrieden waren, weil es eben wirklich eine Ruine gewesen ist, danach, nach dem Wiederaufbau, waren die so glücklich, dass dieses Kleinod, dieser Renaissancebau wieder in Zwickau zu sehen ist. Wer sich zum vierten Adventswochenende noch für eine Turmführung anmelden möchte, kann das unter den eingeblendeten Kontaktdaten tun. Auf der Schlossweihnacht findet man jede Menge regionale Produkte. Wir sind auf einen Stand getroffen, der für Regionalität und Nachhaltigkeit steht. Wir sind die Vertreter für die Marktschwärmereien in Rheinsdorf und in Neukirchen an der Pleißau. Und wir haben hier das Sortiment unserer Schwärmerei mitgebracht, um einfach mal zu zeigen, was es an regionalen Produkten alles gibt. Und ganz viele kleine Manufakturen, leckere Sachen, Öl aus dem Erzgebirge, aus Krimmetschau, ungarische Spezialitäten, Bier aus Glauchau, aus Rheinsdorf, wilde Spätzereien, Wurst von Schwein und Schaf, also ganz viel Leckeres für täglichen Bedarf und für Besonderheiten und für kleine Geschenke. Wir sehen es ja hier, die Leute können es um einen kosten, aber auch kaufen. Ja, wir können hier auch mal kosten. Also heute haben wir gerade das Öl aus Drehbach, dort wo eigentlich die Krokusse auch blühen, immer so schön. Ja, das kann man heute kosten und an anderen Tagen sicher was anderes oder Gummibärchen aus der Fruchtsaftkälterei Mehlhorn. Ja, wir wollen halt nicht nur was zeigen, sondern es soll auch gekauft werden heute. Sonst kann man online einkaufen, kann ganz einfach mit dem Handy auf dem Sofa seinen Warenkorb füllen und kann dann an einem Tag in der Woche bei den regionalen Erzeugern seine Produkte abholen. Das ist das Prinzip. Nicht wegwerfen, sondern nachhaltig sein für Bauern und auch für uns. Teilweise war es schon am Dialekt zu hören, es sind nicht nur Gäste aus unserer Region, die zur Schlossweihnacht kommen, sondern auch solche, die von weiter her den Weg finden. Wir kommen aus Bad Oehnehausen und wir suchen meine Schwiegermutter. Und jetzt wollten wir einfach mal auf den Weihnachtsmarkt in Zwickau gehen und haben wir hier vom Schloss gehört und jetzt sind wir hier. Wie gefällt es dir? Ganz gut, also bisher sehr schön. Schöner wie bei uns zu Hause. Es ist so diese familienfreundliche Atmosphäre, stimmt's? Ja, es sind sehr viele Kinder hier. Es gibt auch viele Sachen für die Kinder. Da hinten habe ich eben gesehen und das ist prima. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Sie haben es sich hier gemütlich gemacht und Sie sind ja gar nicht aus Zwickau, Sie sind zur Schlossweihnacht hierher gekommen. Extra hier angereist, aber ein bisschen auch wegen mir, ne? Ja, natürlich. Das ist so diese Darbietung hier. Zauberhaft. Es gefällt Ihnen? Prima gemacht, ja. Das ist wunderschön. Sehr schön. Und ich kenne das auch sehr gut schon und bin heute zum wiederholten Mal hier. Und der Glühwein schmeckt auch. Feiert dann, Kohle. Okay, dann lass es sich schmecken. Danke. Schönen Abend noch. Ja, schönen Abend. Schöne Weihnachten. Aber auch die Einheimischen wissen die Schlossweihnacht als Wohlfühloase zu schätzen. Es ist ein bisschen anders als der andere Weihnachtsmarkt. Warum? Es gibt ein warmes Feuer. Und für die Kinder? Also ich finde es hier eigentlich ganz toll, weil man kann hier, also manches Karussell fahren und so. Und es ist halt auch wirklich sehr schön warm an jeden Stellen. Kommen wir mal hier hinter zu Ihnen. Sie haben es hier in der Ecke gemütlich gemacht. Wie gefällt es Ihnen bei der Schlossweihnacht? Wunderschön. Urgemütlich. Wunderschön. Das Flair ringsherum. Das ist das Schöne. Man wird nicht durchgeschoben, man muss nicht drängeln, man kann verweilen. Richtig, richtig. Und wie schmeckt der Glühwein? Super. Ich habe einen Himbeerschlühwein. Super lecker. Ja, ganz, ganz toll. Also für die Kinder super mit dem Stockbrot und dem Warmfeuer zum Aufwärmen jetzt hier. Also ganz tolle Sachen. Und Sie kriegen das hin? Wir bekommen das hin. Wir müssen nur zuschauen, dass das nicht verbrennt hier. Deswegen muss ich gleich weiter. Gefällt es dir? Ja. Ja. Toll. Dann koste mal, da sind wir gespannt. Ja. Uns gefällt es sehr gut, ja. Hier. Das ist der Opa. Wunderbar. Okay. Und wie findest du das? Ich finde es auch schön. Hast du das vorher schon mal probiert mit dem Stockbrot? Ja. Und wie schmeckt das? Süß oder herzhaft? Beides. Beides. Ja. Und worauf muss man achten, dass es nicht verbrennt, ne? Ja. Dann machen wir weiter. Okay. Vielleicht nutzen ja auch Sie das letzte Adventswochenende und schauen auf der Schlossweihnacht vorbei. Werbung Der TV Westsachsen Adventskalender Die schönste Zeit des Jahres steht vor der Tür. Auch wenn in diesem Jahr alles ein bisschen anders ist, sollen Momente des Glücks und der Freude nicht fehlen. TV Westsachsen verschenkt gemeinsam mit seinen Partnern Glücksmomente in Form eines Adventskalenders. Vom 1. bis zum 24. Dezember öffnet sich täglich um 19 Uhr ein Türchen mit Überraschungen. Der TV Westsachsen Adventskalender für einen Lichtblick auch in schweren Zeiten. Das Museum für Stadt- und Kulturgeschichte Priesterhäuser Zwickau besitzt in seiner umfangreichen Sammlung eine Reihe von sehr schönen Puppen und Puppenküchen, die in der diesjährigen Weihnachtsausstellung zu sehen sind. Die hauseigenen Bestände werden ergänzt von Leihgaben aus der Sammlung Flehmig und mit Objekten privater Leihgeber. Daneben sorgen Pyramiden, Räucher, Männchen, Nussknacker und Weihnachtskrippen für stimmungsvollen weihnachtlichen Glanz. Puppenküchen begeistern die Kinder bereits seit mehr als 200 Jahren. Liebevoll mit kleinen Töpfen, Pfannen, Geschirr, verschiedenen Rühr- und Schöpfkellen, Waffel, Eisen, Mörser und anderem mehr ausgestattet, boten diese Küchen vielerlei Spielmöglichkeiten. Das wichtigste Utensil war natürlich der Herd, der meist mit Spiritus oder Öl beheizt wurde, sodass wirklich gekocht werden konnte. Mit ihrer zeittypischen Möblierung und Einrichtung geben uns diese historischen Puppenküchen einen Einblick in die Lebensverhältnisse vergangener Zeiten. Mekomobil – Ihr Medienbildungsangebot im Landkreis Zwickau. Von Falschmeldungen im Internet bis Filmworkshop und von digitalen Medien in Kinderhand bis hin zum sicheren Umgang mit Smartphone und Tablet. Das Mekomobil bietet auch individuelle Beratungsgespräche in den Mediensprechstunden. Schauen Sie vorbei auf mekomobil.de und informieren Sie sich zu den aktuellen Veranstaltungen in Ihrer Region. Seit mehr als einem Jahrhundert versorgt die Allianzgruppe Ihre Kunden zuverlässig mit Versicherungen. Heute gehört sie zu den größten Anbietern auf dem globalen Markt. Die Nachfrage wächst und Mitarbeiter sind gefragter denn je. Die Allianz Hauptvertretung Hendrik Gerber in Wildenfels sucht ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt eine Kundenbetreuerin oder einen Kundenbetreuer. Egal ob mit Berufserfahrung oder als Quereinsteiger, bewerben Sie sich ganz einfach. Auch die Allianz Generalvertretung Helmer Schwarz aus Hartenstein sucht motivierte Mitarbeiter. Egal ob Einsteiger oder Branchenkenner, hier erhält man Chancen mit Perspektive. Die Ausstellung zeigt eine Auswahl europäischer Kunst der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus Hamburger Privatbesitz. Die bedeutende Privatsammlung von Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen und Druckgrafiken von Künstlern wie Marc Chagall, Emil Nolde, Auguste Renoir, Erich Heckel, Karl Hofer und Max Liebermann tritt in Dialog mit einer Neuauswahl an Neuerwerbungen der Kunstsammlungen Zwickau-Max-Pechstein-Museum der vergangenen Jahre. Verbindendes Element ist dabei insbesondere das Schaffen des gebürtigen Zwickauers Max Pechstein, auf dessen Werke beide Sammlungen öffentlich wie privat ihren Schwerpunkt legen. Entsprechend widmet sich die Ausstellung zugleich der Frage nach der Sammeltätigkeit und ihrer jeweiligen Grundlage und Ausrichtung, zeigt Unterschiede und stellt Gemeinsamkeiten vor. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Ging das zu schnell? Mit Turbospeed ins Internet. Wir verbinden euch leistungsstark und stabil. Auch im Kombipaket mit Festnetz und HDTV. Jetzt zum Testsiegerwechseln und sechs Monate gratis sichern. Auf pure.com Die Berufsfeuerwehr Zwickau hat zwei neue Fahrzeuge. Dabei handelt es sich um sogenannte Kommandowagen. Die beiden SUV wurden am vergangenen Dienstag im Beisein von Oberbürgermeisterin Konstanze Arndt übergeben. Heute ist es soweit. Wer fährt? Beide. Einer links, einer rechts bitte. Da ist ja gut, dass ich zwei Schlüssel heute dabei habe. Da wünsche ich vor allen Dingen unfallfreie Fahrt. Vielleicht, dass nicht ernste Notfälle euch so häufig rausholen und wir sie eigentlich wenig brauchen. Das hoffen die Kameraden sicher auch. Doch sollten sie gebraucht werden, dann lassen die beiden neuen Fahrzeuge keine Wünsche mehr offen. Ja, wir haben zwei Ford Cougar mit 190 PS. Das ist erstmal so der Standard mit allen Fahrassistenzsystemen, die so üblicherweise heute verbaut werden. Wir haben als Zusatzausstattung eine Sondersignalanlage inklusive Frontblitzern, einer Heckwarneinrichtung und einer Umfeldbeleuchtung. Und wir haben als feuerwehrtechnische Zusatzbeladung noch ein Feuerlöscher und ein Brechwerkzeug an Bord. Zusätzlich gibt es noch Funk, was für jedes Feuerwehrfahrzeug notwendig ist, um die Kommunikation sicherzustellen. Die Signalanlage wurde für uns kurz in Betrieb genommen. Also wir haben insgesamt drei verschiedene Signale, die wir schalten können. Einmal Stadt-Land und ein simuliertes Kompressorhorn. Stadt-Land hat einfach den Hintergrund, dass wir aufgrund der Distanzen von Fahrzeugen und Hindernissen auf dem Land andere Signalfolgen haben. Und durch den Wechsel des Signals kann man auch im städtischen Verkehr nochmal eine gewisse Aufmerksamkeit wecken. Welche Aufgaben haben die Fahrzeuge? Das sind sogenannte Kommandowagen. Das heißt, die bringen einen Einsatzleiter vor Ort bei größeren Schadenslagen oder werden eingesetzt zur Lagererkundung. Das heißt, wir brauchen hier Allrad und die entsprechende Geländegängigkeit, um auch an exponierte Einsatzstellen zu kommen. Und deshalb ist so ein SUV halt einfach notwendig. Qualität hat natürlich seinen Preis. Ja, also wir haben insgesamt hier 110.000 Euro investiert für die beiden Fahrzeuge. Leider ohne Fördermittel. Die sind ausgefallen, deshalb alles mit Mitteln der Stadt gekauft. Das ist doch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ja, es ist kein Geschenk, sondern eine notwendige Ausstattung für unsere Feuerwehr. Aber ohne Fördermittel finanziert haben wir ja gerade auch nochmal bestätigt bekommen. Also hier hat die Stadt Zwickau mit Eigenmitteln Anschaffung gemacht. Die Oberbürgermeisterin überzeugte sich gleich mal selbst von den fahrerischen Qualitäten der Fahrzeuge. Ja, ich wurde hier zu einer kleinen Runde auf dem Hof mal eingeladen. Und ja, es ist natürlich jetzt nicht für den Spaß, das betonen die Feuerwehrleute auch immer wieder, dass es nicht darum geht, hier ein schnittiges Auto für lustige Ausfahrten zu haben, sondern dass es ja darum geht, für die Einsatzzwecke gut ausgestattet zu sein. Aber natürlich ist das mit moderner Technik und Ausstattung zum einen sicherer für die Kameraden, zum anderen natürlich auch mit etwas mehr Ausstattung und Komfort verbunden. Und es sieht gut aus, nicht nur von außen, auch von innen. Sind jetzt bei der Feuerwehr noch Wünsche offen? Ja, also wir haben natürlich einen sehr großen Fuhrpark und entsprechend sind immer Investitionen notwendig. Wir sind auch für die nächsten Jahre in der Planung von Ersatzbeschaffungen. Was jetzt die Kommandowagen angeht, ist das ein guter Schritt in die richtige Richtung. Aber wir werden auch da in den nächsten Jahren noch investieren müssen. Die alten Kommandofahrzeuge werden ausgemustert. Genau, das sind Ersatzbeschaffungen. Das heißt, die Altfahrzeuge werden ausgesondert, einfach weil sie nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechen. 20 Jahre alte Fahrzeuge und wir brauchen einfach im Einsatzfall, aber auch bei den Dienstfahrten einfach die aktuelle Technik, um hier sicher unterwegs zu sein. Die Eispiraten Grimmitschau haben ein durchwachsenes Wochenende hinter sich. Ein Sieg und eine Niederlage stehen zu Buche. Trotz eines deformierten Kaders konnten die Westsachsen am vergangenen Sonntag ein erfolgreiches Spiel in Bad Nauheim absolvieren. 5 zu 2 hieß es am Ende für die Schützlinge von Trainer Marian Basani. An diese Leistung möchte man nun auch am kommenden Wochenende anknüpfen. Beim heutigen Training waren wieder mehr Spieler auf dem Eis als beim letzten Spiel in Bad Nauheim. Auf dem Trainingsplan stand in dieser Woche noch einmal an Fehlern zu arbeiten, die man vor allem im Freitagabendspiel gegen Regensburg zeigte. Dennoch war der Trainer nicht unzufrieden mit dem letzten Wochenende. Ja, am Freitag gegen Regensburg haben wir leider verloren, aber ich fand, wir haben 50 Minuten ein sehr gutes Spiel gemacht. Gerade von Anfang an, erstes Drittel, haben wir uns viele Chancen erarbeitet. Wir haben nicht viel zugelassen gegen Regensburg im ersten Drittel. Und dann im zweiten gehen wir in die Führung und das hat uns nicht gut getan. Wir haben dann direkt danach, im nächsten Wechsel aufgehört zu spielen. Und das waren die acht Minuten, zehn Minuten in dem Spiel, wo ich nicht sehr zufrieden bin. Und da hat Regensburg zwei Tore geschossen. Dann im letzten Drittel haben wir versucht, zurückzukommen. Leider ist das uns nicht gelungen. Ja, und dann am Sonntag war das ein harter Kampf. Wir hatten einen sehr, sehr kurzen Line-Up, nur mit 14 Feldspielern. Aber die haben richtig gefightet, mit viel Energie gespielt. Und wir haben uns endlich mal für den Aufwand auch belohnt. Da haben wir fünf Tore geschossen. Ja, das sind Up and Downs in der Saison jetzt momentan. Und wir versuchen uns hier zu stabilisieren. Auch Routinier André Schietzold schätzte die beiden vergangenen Spiele noch einmal für uns ein. Ja, das hat auf jeden Fall am Sonntag sehr gut getan. Ich denke, nicht nur bei uns, sondern auch bei den Fans. Wenn man zurückblickt auf Freitag, ich denke, wir haben trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Haben es einfach so, um die Tore zu schießen. Ja, und dann wirst du halt bestraft und gehst halt als Verlierer vom Feld. Und ja, das hat uns natürlich sehr belastet. Und ja, wir haben dann nochmal uns als Mannschaft zusammengesetzt und haben nochmal ein paar Sachen besprochen und denke, wir haben am Sonntag die richtige Reaktion gezeigt. Nun steht wieder ein hartes Wochenende vor den Piraten. Am Freitag steht gleich die nächste Partie gegen den EC Bad Nauheim an. Diesmal zu Hause im Sahnpark. Am Sonntag reisen die Eispiraten dann zu den Selberwölfen. Also bis jetzt, wir haben zwar ein paar Spieler wieder zurück im Training, aber die Entscheidung fällt erst am Freitag, an dem Spieltag gegen Nauheim. Ich hoffe, dass wir da, wie gesagt, ein paar Spieler zurückkriegen. Aber das wird sich erst am Freitag entscheiden. Ja, gegen Nauheim, Back-to-Back, die würden bestimmt böse sein nach der Niederlage am Sonntag. Wir müssen uns gut vorbereiten und Nauheim wird uns alles abverlangen. Das ist eine schnelle Mannschaft, die haben ein schnelles Umschaltspiel. Ja, und am Sonntag in Selb, ja, das ist eine physisch starke Mannschaft. Die sind groß gewachsen, die spielen hart. Da muss man gut dagegenhalten. Und da ist auch ein Derby, da würden Emotionen im Spiel sein. Also müssen wir auch mental vorbereitet sein. Die Eispiraten stehen mit 28 Zählern noch ziemlich im Tabellenkeller. Das ist Anspuren genug, um weiter alles zu geben und in Richtung Mittelfeld zu klettern. Ja, wir müssen weiter so arbeiten wie am Sonntag. Wir haben wirklich jeder für jeden gekämpft, wir haben geackert, wir haben einfach alles gegeben. Und ich denke, das wird auch jetzt am Wochenende wieder der ausschlaggebende Punkt werden. Und ja, so müssen wir weitermachen. Los geht's am Freitagabend im Sahnpark um 20 Uhr, am Sonntag auswärts in Selb, dann um 18.30 Uhr. Natürlich hofft man wieder auf zahlreiche Unterstützung der Fans. Ja, natürlich. Wir wissen alle, dass es gerade eine schwere Zeit ist. Und ja, aber gerade in den Zeiten muss man zusammenhalten und ja, hoffen, dass die Fans wieder zahlreicher ins Stadion kommen. Werbung Zeit für einen Neuanfang. Hier. Entdecke attraktive Jobangebote aus deiner Region bei der Fachkräftebörse Zwickau am 27. Dezember. Ob Handwerker oder Pflegekraft, Techniker oder Ingenieur, Spezialist oder Quereinsteiger, hier ist für jeden etwas dabei. Komm vorbei am 27. Dezember von 9 bis 13 Uhr im Zwickauer Rathaus. Alle Infos unter zwickau.de slash Fachkräftebörse. Vorhang auf für den Weihnachtszirkus in Zwickau und Chemnitz. Eine rasante und fulminante Show vom 17. Dezember bis 5. Januar. Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter sachsenpalast.de Sachsenpalast, der besondere Zirkus. Ich schütze mich, weil Long-Covid in keiner Sprache etwas Gutes bedeutet. Halten auch Sie Ihren Corona-Schutz aktuell. Zusammengegen-Corona.de Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung. Alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, gräumigen Orthopädie-Abteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke. Äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor zehn Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor zwei Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonnard Rose. Wow, da flattern mir die Ohren. Konfiguriere deine Traumwohnung und bestimme deine Miete selbst. Egal ob Küche, Dusche, Bodenbelag, du hast die Wahl. Mehr Infos auf www.waonung.de Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Nach einer recht frostigen Nacht dürfen wir uns morgen auf einen schönen Tag freuen. Sonnenschein dominiert am Donnerstag das Wettergeschehen im Sendegebiet. Bei Höchstwerten um den Gefrierpunkt bleibt es trocken. Der Freitag kommt dann trübe und zugezogen daher. Das Quecks überquält sich auf minus 4 Grad. Bei gleichen Werten gibt es am Samstag einen Sonne-Wolken-Mix. Diese Wetterlage können wir dann eins zu eins auf den Sonntag spiegeln. Eigentlich bestes Wetter für einen Besuch auf einem der Weihnachtsmärkte der Region. Wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen. Morgen sehen Sie bei uns die Zwickauer Stadtratssitzung. Wir sehen uns dann am Freitag wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Bis dahin, machen Sie es gut.